einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zum turm des todes in ragnar mod 6 mit dem krieren hallo jogi so bett steht hier hinten erstmals endlich erst mal ein sandwich pack wieder auf den rücken den nächsten natürlich im nicht geben sonst tötet er mich doch noch der sack wo ist er denn tot ich habe ihn hier eingesperrt am breaking 4 mending protect holy shit vielen dank am breaking 4 protection 4 mana boost 3 scheiß aber gloom scheint auch geil zu sein wie kann ein inventar voll sein du bist gerade erst gekommen ich hab dir eine truhe gelootet ja warum blutest du die truhe ich habe einfach nur in den müll reingeschmissen nein die hier vorne die neue truhe du hast den rucksack da war was lexica botania geil ja ich hab jetzt einfach erstmal alles hier konservierend reingebracht lexica botania ist gut dann braucht man das nicht selbst machen das ist das tattatom many pages of this tomb were destroyed das will ich nicht das will ich nicht okay also chainmail oder dingmail je nachdem du eine andere rüstung haben willst oh level 6 ja wobei die hat ja das protection 2 glaube ich schon noch besser okay wenn du hier eine auch spawnpoids setzen möchtest denk dran hier vorne ist das bett bevor wir jetzt weiter geht so ja sind das hier fucking eisenblöcke ist keine eisblöcke oder nein das sind steine okay schon gedacht hier ist nix hier topf wasser von oben ohne mal noch so nukwirus slimy seeds mach einfach mal alles mit grundsätzlich ja so ist die frage links oder rechts würde ich ja nicht machen wenn du kaum im inventar hast macht es keinen sinn wenn du sagst ich nehme alles mit naja jetzt habe ich ja wieder also da ist creeper ne wir sind in den creeper reingegangen wir hätten auch noch hier wege nach rechts und nach links hier wurde der erste tot war ich ja links und rechts zugebaut achso du hast zugebaut ja damit du dass hier nicht irgendwelche monster kommen und du nicht looten kannst creeper tot achtung loch ja ähm spider skeletons spawnen da uh was ist das denn hier das ist einfach eine abkürzung uh kristalle ich glaube das ist potenziell hier eine abkürzung für weiter untere level ja wahrscheinlich spawner reicht wenn eine fackel drauf ist oder ich mache immer mehr so dass jetzt der weg in den sitzen blüten ja so der eine ja war nur eine raum auch nix besonderes drin aber bis sie eisenlag jetzt können wir noch in die andere richtung ich mache erst mal die löcher dazu ich glaube hier ist ja da ist eine spinne kreis beider also quasi nichts regt so ein bisschen baumaterial mitnehmen so gehen wir ins nächstes ja geradeaus oder rechts und ich muss mal kurz hier meinen todespunkt weg machen der stört mich wie du möchtest gehen wir erst mal hier das sieht heller aus die sind gold fackeln wurden ex nämlich jetzt nicht mit platz protection 2 chainmail chestplate falls du sie haben willst hier ist ein skeleton ein paar kartoffeln hier ist irgendein zombie ich meine hier sind alles domprix finde ich schon ganz geil wenn man hier rechts ist skeletten acht und kombi das ist nicht gut im skelett damit das wäre alles gern hat nie jeder ist nach vorne gedächt das war jetzt nicht gesund für mich ein stück zurückziehen das ist doch eine legge scheiße wenn die immer so auf einmal nach vorne springen vielleicht hat einfach eine fähigkeit nein ich schlage ihn zweimal bin wieder vier meter von ihm ja solange jetzt haben wir sich nicht teleportieren können ich kann nicht mal meine leiche noten du hörst mich noch oder ich höre ich okay dass das platz hier das bleibt hier dass das platz hier bitte interaktion so jetzt gucke ich mal ist dein ding noch da dein typ ja wo beim bett jetzt habe ich meinen quest book schon mal kann aber immer noch nicht meine leiche noten ich kann sie looten ich habe sie ich konnte sie jetzt okay ich konnte sie jetzt auch bluten ich tue sie hier in der noch was die beschissen hier in den in die kiste habe ich dann rucksack reingetan in die hier bei mir du ich sehe dich nicht ich habe den neuen raum oder so mit drei sekunden ist aber nicht schlecht mit drei sekunden ja das ist ein ping von 3800 ich weiß nicht was für einen ping ich habe aber wenn ich was mache dauert das eine sehr lange zeit bis da was passiert da wo unser neuer eingang war in der kiste in die in die erste truhe ok da ist ein rucksack ich denke ich habe auch mein zeug im inventar hier hinten war ich da ist nichts interessantes stone ex die etage ist auch wieder der weg ist egal hier das ist interessant da ist nichts mehr ich habe beides gelootet beide alle drei spawner in den ping leer gemacht warum habe ich denn so geschissen und ping weiß ich nicht ich stehe vor dir siehst du mich wieder ja jetzt ich sehe dich auch du klickst hier halt durch die gegend aber ich habe jetzt mal gerade geguckt und ich habe halt einen strich ja stimmt ja sehe ich auch cool keine ahnung was du da angestellt hast ja gut vielleicht ist irgendwer im haus gerade auf harter ab oder download tour ist jetzt ein napfel sollen wir hier reingehen oder sollen wir es dann sein lassen ja können wir schon machen du ich sterbe halt vielleicht aber mein gott ich will hier ja nichts dadurch ich ziehe jetzt erstmal mal durch weil da hinten ist auf jeden fall ein spawner den willst du nicht hier ist ein kleiner raum kreer zombie ah aua 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 fieser zombie fieser zombie oh ich habe dich eingesperrt sorry hilfe danke ja ich kann es nicht zu machen ja ich konnte es nach ihm zu machen holy shit der hat mir mit zwei hits vier herzen abgezogen alter ich habe eine steinpix axt mit autos meld gefunden ich habe wieder aufgemacht ja ich ziehe mir grad mal an ich habe ein bisschen ein bisschen rüstung gefunden die habe ich mir jetzt mal angezogen mal zwölf kohle ne aber irgendwer vergewaltigt grad unser internet hier äh zombie zombie da kommt ein zombie meinst du den bereits tot jetzt ist er auch bei mir tot ja hier ist der nächste gang runter in den Keller da kommt noch ein zombie der hat was hat der da am kopf gehabt äh ne maske oh hier ist noch ein spawner ich muss hier raus oh hier ist auch direkt an der wand oh skeleton spawner ich kümmere mich um den spawner ich mache ein licht drauf aha eisen dafür gibt es hier auch zwei truhen naja das correct nämlich nicht ohne enderpearl die nehme ich mal mit ja die brauchen wir auch für den möglichen endertank später hier ist so ein new chapters unlocked ich höre nur dauernd truhen geräusche die sich öffnen und schließen hier ist noch ein spawner zombie spawner solange keine extremen sachen kommen ist es okay weil von normalen kann ich ja weglaufen bricks nehme ich jetzt mal nicht mit ich weiß nicht ob du bricks mitnehmen willst wo brauchen wir welche ich nehme sie mit dann brauchst du halt selbst keinen brauchst du halt selbst keinen klee machen die machen wir da drauf was kann das irgendwas greift mich an ja ja zombie ich weiß nicht wie der gespawnt ist aber gut er war halt da oh der zombie spawner hier in der ecke ist aber auch fies das war unser dritter gang jetzt hier gern also jeder zweite einen haben wir glaube ich noch einen haben wir noch ich dachte das wäre ja schon mal gewesen ne ich meine auf die andere seite können wir noch ah ne es war der dritte dann können wir hier runter gehen was dann hier in die nächste etage geht darauf erstmal ne karotte essen hast du noch genug ja ja oh hier unten ist ein bisschen großräumiger da kommt doch direkt ein zombie an das sind minen arbeiter kreieren ich hab das guck mal ich weiß da bin ich vorhin schon gewesen als ich gejagt wurde kam ich auf der anderen seite also da hinten ist auf jeden fall eine druhe die sehe ich schon ja geh mal hier mal rein oder ja würde ich sagen ja dann ich mach auf ok oha source gems man hast du also die frage auf mann ob wir auf mana gehen wollen später ich weiß nicht ob wir mehrere tetatomes brauchen nur die wichtige frage ist nicht ob wir auf mana gehen wollen sondern kann ich mit magie sachen töten ja du kannst mit also botania kannst ja echt viel machen theoretisch ah ne 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 was denn da war eine pressure blade auf einem spawner wieso ich dachte zwar eigentlich dass da irgendwas explosives ist was macht man mit dem tome daraus macht man papier man kann es verbrennen ok white shield mal zurück und jetzt weiter gold wie sieht bei dir essence technisch aus ich krieg damage ähm essence technisch gut da kommt noch einer kriegst du den ja sieht sieht nicht so laggy aus gerade dann mach ich hier nämlich erstmal außerdem habe ich ein schild curse of vanishing er verschwindet das ist ja ok ja wenn du stirbst ist er weg hab hier noch instant damage potion unstable mit schön da brauchen wir jetzt eigentlich nicht das kann ich nur trinken und instant damage sollte ich nicht trinken ne music dist willst du music dist sammeln die kann man theoretisch nutz du hast noch ein schild ich habe ja ein neues schild gerade gefunden wenn nichts war aber dann nehme ich das auch mit ähm was wollte ich sagen du kannst mit hilfe von dingern auch deine werkzeuge verbessern in tinkers kriegst du mehr upgrade slots und so aber ich weiß nicht ob wir es jetzt unbedingt mitnehmen müssten und das ist unschön das steckt nicht automatisch so ich geh mal hier in den nächsten gang rein ich komm mit ich bin bereit erst nochmal hier ein flash rein gibt kein spawner neues schild mit curse of vanishing unbreaking mana boost 2 blast protection golden apple hallo und die russi nehme ich mal mit hier potion of regeneration willst du die potion of regeneration haben ist schon schlecht ich tausse das schild aus weil da ist ein totenkopf drauf auf meinem schild ist kein totenkopf drauf viel cooler du hast sie ok nimmst du die potion nicht mit nehm ich sie nö nimm du die ruhig ist regenerations potion ui ja aber ich glaube die ist bei dir gerade besser aufgehoben weil durch meine legs ne ich krieg zwar damage aber wenn ich sterbe finde ich das jetzt nicht so kritisch wieder zurück diese kristalle bringen die uns was soll man die mitnehmen oder keine ahnung also weil sie ich hab sie hier im inventar ich kenne sie nicht red corundum cluster also ich kann dir sagen wie sie heißen weil ich das sehe sie ist aus der app quark oh ähm ressource voll bees mein gut das ist jetzt auch nicht so weit weg von zu hause wo bist du in den nächsten gang reingegangen äh ganz vorne dann also ja jetzt noch einen spawner kriegen da wo es weiter ging oh mini creeper ich höre noch mini creeper boom ja das äh hast du richtig gehört war aber rein von der soundkulisse her nicht wirklich mini ja aber der war mini aber was haben wir hier ein paar potatoes eine neue Hose vielleicht ich hab dauer ich krieg dauernd Schuhe ich brauch auch Hose ich hab noch ne Hose einstecken brauchen wir Zombieherzen es gibt verschiedene Sachen wofür man sie brauchen kann aber ich mein wir können eh nicht alles mitnehmen ich hab ne pickaxe mit Portation wie funktioniert das willst du eigentlich auch ein gold apple haben oh nö grad nicht ok naja du wolltest eine Hose aber Moment ich muss sie selber anziehen ich habe nichts gesagt habe ich vielleicht noch im Rucksack ne Hose ne also was du mir im Endeffekt sagen willst ist du hast mich angelogen ja ganz klassisch verarscht ähm ich bin hier rein da habe ich den Boden ausgelegt genau oh oh Creeper Spawner oh hier ist Party komm ich doch mal dazu dann kannst du ja nur lustig werden Spawner direkt zu rechten Creeper Spawner achten da hinten dran ist noch ein Spawner ja ich muss hier mal wegrennen ausgründen ach ja schön dass der Creeper die ganze Arbeit macht aber damit er nicht zu viel arbeiten muss hier fallen dauernd Spinnen vom Himmel ja da würde ich mal sagen hinter den Dingern sind Spawner würde ich mal sagen würde ich mal sagen die Folge ist ja da ist einer die au 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 hören sie auf junge Spinne die Folge ist vorbei wollte ich sagen Spinne da kannst du auch nichts dagegen tun ähm ja bleib gesund haut rein und bye bye auf Wiedersehen